Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Animationsfilms Ellie, ungeheuer geheim. Ich bin Nestu und heute, das soll kein Geheimnis sein, ist die Schlogger. Hallo Schlogger. Hallo lieber Stu. Schlogger, was du und ihr jetzt hier draußen hören werdet, ist folgendes, nämlich wie ich ganz genüsslich Kaffee tränke, denn ich kann jetzt da ruhige Kugel eingeschieben, denn ich habe diesen Film nicht gesehen, aber du hast ihn gesehen. Korrekt. Und das heißt, du kannst auch gleich die erste Frage beantworten, nämlich worum geht es denn? Also meine Erinnerung sollte noch ganz frisch sein, ich habe den Film vor kurzem im Kino gesehen. Bei Ellie geht es um ein kleines Gespenst. Es ist ein 3D-Animationsfilm, ein Kinderfilm und es geht wie gesagt um Ellie, das ist ein kleines Gespenst, die mit ihrem Onkel in einer Villa wohnt. Und wir sind in einer Welt, in der die Menschen Angst haben vor Monstern und einen großen Computer eingerichtet haben, der Drohnen losschickt, um alle Monster auf der Welt zu fangen, um die Menschen dadurch zu schützen. Und mit dieser Problematik wird Ellie auch eines Tages konfrontiert, weil ihr Onkel dann von so einer Drohne gefangen wird. Und sie muss dann von ihrer kleinen Villa in die große Stadt gehen, in der dieser Supercomputer steht. Und auf dem Weg zur Befreiung ihres Onkels wird sie ein paar andere Monster kennenlernen, die ihr dann dabei helfen und sie auf ihrem Weg begleiten. Also ich weiß bis vor zwei Sekunden nicht, worum es überhaupt geht. Aber was mich jetzt schon so, wo ich sage, ja das klingt zumindest für mich interessant, ist halt, dass es da irgendwie, du hast halt diese Gespenster, was ja was sehr Klassisches ist, was ja auch irgendwie, ja was Zeitloses hat. Und hast du aber gleichzeitig, dass es da Drohnen gibt, also was sehr Technisches, was sehr Modernes. Und das klingt einer für sich, also aus meiner sehr erwachsenen Perspektive, gar nicht mal so uninteressant. Ja, wir haben ja auch oft, es wird auch öfter das Wort Digitalisierung fallen, weil die Drohnen, die zerlegen die Monster dann so in Bytes, also in Bits oder Bytes, ich weiß gar nicht, was der korrekte Begriff ist. In Bits würde ich sagen, in Einsen und Nullen und bauen sie dann im Computer wieder auf. Das ist aber eigentlich völlig irrelevant für die Story, das war glaube ich nur, um in dieses Computersetting reinzupassen. Interessant, keine Ahnung, also es ist, das ist mir einfach als ein bisschen wirr aufgefallen, weil so stringent, wie ich es jetzt erzählt habe, wir leben in einer Welt, in der Menschen, das wirkt in einem, würde in einem besseren Film eine solidere Grundstory sein, als hier, wo wir einfach reingeschmissen werden in diesen Kontrast sozusagen. Basiert das auf irgendeine Art von Vorlage, gibt es da vielleicht ein Buch oder eine Serie oder ist das wirklich was, ein originärer Stoff? Es basiert auf einem Buch, das stand auch im Vorspann, ich glaube, es hieß Klaus Baum irgendwas und es ist dann auch ein Kinderbuch, genau. Okay, ich sehe auch gerade die Regisseure Jesper Möller und Piet van Riecher haben auch davor schon ein paar interessante Sachen gemacht, zum Beispiel den Mulewapp Kinofilm, Asterix und die Wikinger und diese Laura Stern Filme und der kleine Eisbär. Also die kennen sich wohl wirklich mit so Animationsfilme für, ich sag mal grob geschätzt Kindergartenalter ganz gut aus. Würdest du auch so sagen, das ist so ein Film, wo man so Kindergartenalter, das ist ein gutes Alter oder sagst du vielleicht, das ist dann doch eher was für die Grundschule oder vielleicht sogar was für die Fünftklässler? Genau, also Klaus Baumgart heißt der Autor und der hat auch, soweit ich weiß, Lauras Stern gemacht. Kita, für alle, die keine Ahnung haben, ist ja so von wann auch immer man Kinder in die Kita gibt, meistens eins bis sechs Jahre alt. Und Grundschule wäre dann ab sechs Jahre alt ungefähr. Meine zwei Kinder sind dreieinhalb und sechs, also ich könnte das ganz gut einschätzen und diesen Film würde ich definitiv nicht für Kita-Kinder empfehlen. Erstmal muss man mit diesem Thema Monster so ein bisschen, da sollte man ein bisschen affin sein als Kind und warum ich den nicht empfehlen würde, ist, weil der recht hektisch erzählt und inszeniert ist. Ich dachte schon währenddessen, für meine Kleine wäre der auf keinen Fall was und den Großen müsste ich wahrscheinlich ein bisschen briefen vorher. Aber wenn man Kinder hat, die auch schon ein paar Filme gesehen haben, dann könnte man den wahrscheinlich auch mit fünf oder sechs zeigen, aber für Kleinere wäre der definitiv nichts. Okay, wie ist denn jetzt so die Qualität der Animation? Ich sehe jetzt hier nur gerade das Poster und ich denke mir halt so, ja, das sieht halt aus wie eine solide Animationsqualität. Jetzt nicht Pixar, nicht DreamWorks, weil vermutlich das Budget nicht da war, aber es sieht zumindest nicht aus wie, ja, wie ein Film vom Grabbeltisch. Ja, also ich habe schon beim Poster gedacht, ich finde es sieht aus wie vom Grabbeltisch leider. Also es ist, ich mochte das Charakterdesign nicht so sehr, auch wenn man die Vorlage kennt, das ist so süß 2D gezeichnet und handgemalt. Und dann hast du hier diese generischen Figuren, wo das 3D auch gar nicht gut ist. Also man sieht, man erkennt es zum Beispiel, wenn das Licht nicht so gut fällt oder wenn du nicht so viele Strukturen hast, wenn die Oberflächen so glatt wirken. Und vor allem die Menschen und die Menschenwelt, das ist einfach eine Stadt, die aussieht wie, wenn du dir mit, gibt es Wörter 3D, wenn du dir selbst einfach ganz billige Quader irgendwo hinsetzen würdest. Und die Gesichter der Menschen, da sieht man, dass die Schatten nicht richtig geil wirken. Und auch das Design sieht nicht so toll aus. Also qualitativ fand ich das leider nicht so ansprechend für mich. Das ist jetzt was, was Kindern nicht so wichtig ist, aber wenn Kinder die Vorlage kennen, an die kommt es leider gar nicht ran vom Charme. Auch mal ganz abgesehen von den Ansprüchen an Animationsfilmen. Okay, jetzt machen wir mal ein Gedankenspiel, ein Gedankenexperiment, liebe Schlöcker. Ich möchte, dass es sich jetzt zurückversetzt in dein Leben, dass du jetzt einfach dich zurückversetzt, dass du ein paar Jahre jünger bist. Und zwar nicht nur ein paar, sondern einige Jahre jünger. Es ist immer so, du hast gerade eben, du hast gerade, du hast es geschafft, du hast die erste Klasse hinter dich gebracht. Es sind Sommerferien, ja, deine Eltern schicken dich ins Kino und du schaust dir jetzt halt eben Ellie ungeheuer geheim an. Du sitzt da mit deinem Cola-Becher und deinem Popcorn-Eimer und siehst dir diesen Film an. Was glaubst du, käme die siebenjährige Schlöcker-Bespaßung glücklich aus diesem Film, würde sie dann sagen, all ihren Freunden, Leute, guckt euch Ellie ungeheuer geheim an. Das ist der heiße Shit, das wird der krasse Film des Sommers sein. Oder glaubst du einfach, dass du vermutlich diesen Film auch als Kind nach drei Wochen schon wieder vergessen hast? Boah, das ist so schwierig, weil Kinder, du weißt ja nie, was denen gefällt. Und die sind ja auch recht anspruchslos. Und ich war ja tatsächlich auch mit einem Kind im Kino, nicht mein eigenes, aber meine Begleitung hatte ein Kind dabei. Achso, ich dachte, du hast ja eins von der Straße. Ich habe mir einfach eins von der Straße mitgenommen, wie es meine Art ist, so wie auch meine eigenen Kinder. Ich nenne sie einfach meine, sind es meine? Wer fragt sowas denn? Und das Kind fand den Film auch ganz gut. Also deswegen, ich habe als Kind gerne, ich weiß nicht mit sieben, okay, da habe ich wahrscheinlich schon Bambi Schneewittchen, die ganzen Sachen gesehen. Und ich habe auch relativ viele Filme gesehen als Kind, weil mein Papa Medienpädagoge ist und uns das, wenn du uns da ranführen wolltest. Mein Beileid. Na, nee, war super. Beileid im Sinne von, man muss danach immer drüber reden. Warum hat die Figur sich so verhalten? Warum wurde die Geschichte so erzählt? So wie ich es jetzt auch mit meinen Kindern mache, also meine in Anführungszeichen, die das richtig toll finden, hoffe ich einfach. Und die siebenjährige Schlogger, ich glaube, die wäre zufrieden gewesen, hätte aber gewusst, dass das nicht ihr Lieblingsfilm wird. Und ich lese mich hier gerade auch nebenher so ein bisschen in das Buch rein, die Originalvorlage. Und da gibt es diese ganze Grundstory mit, es gibt eine Menschenwelt, die sich schützt vor den Monstern und Digitalisierung und ihr Onkel, die gibt es gar nicht. Sondern es geht wirklich einfach nur um ein kleines Gespenst, das ein neues Zuhause sucht. Und das hätte mir viel besser gefallen. Man merkt jetzt, wenn man das Originalmaterial hier so sieht, was ich gerade meinte, dass diese Überfrachtung, die ich im Film gespürt habe, total unnötig drauf gepfropft wurde. Das ärgert mich dann noch im Nachhinein noch mehr. Hattest du denn das Gefühl, dass der Film irgendwelche Längen aufweist, weil solche Kinderfilme in der Regel nie so die 90-Minuten-Marke überschreiten? Ich weiß gerade gar nicht, der Film war nicht lang, glaube ich. Der war ganz normal lang und er kam mir aber trotzdem, trotzdem hat er sich gezogen. Also ich weiß, das ist eine deutsch-kanadische Produktion und ich war erst gespannt, weil ich dachte, okay, dann achtet man ja drauf, passen die Lippen zur deutschen Synchro oder zu einer englischen Synchro? Und man hat dann irgendwann gemerkt, es gibt einen Song im Film und da hat man gemerkt, ja, auf Englisch funktioniert der Text viel besser. Da waren zu viele Silben drin und da hat man dann schon gemerkt, okay, vielleicht funktioniert er auf Englisch besser und dadurch waren dann auch da. Ja, ja, also das war vielleicht etwas, was noch dazu geführt hat, dass er mir noch länger vorkam, als ich dachte. Du hast ja schon die Synchro kurz angesprochen, dann kann ich ja kurz mal glänzen, ein paar Infos, nämlich, dass da drei Namen drin vorkommen bei der deutschen Synchro, die durchaus bekannt sind. Sie hätten einmal Oliver Kalkurve, hätten wir Max Giermann und hätten wir Santiago Ziesma, wer nicht weiß, wer das ist, das ist die deutsche Stimme von unter anderem Spongebob. Also schon drei sehr bekannte Namen, was sagst du zu der Synchro, war das eine, also sind die, weil diese Stimmen sorgen ja auch dafür, dass es teilweise lustig ist. Gerade so ein Max Giermann oder ein Oliver Kalkurve, die können ja mit ihrer Stimme auch einiges anstellen oder ein Santiago Ziesma natürlich auch. Hat das dem Film geholfen, die deutsche Synchro? Also, wusste ich ja im Vorhinein, ich habe es dann im Vorspann gesehen, Oliver Kalkurve habe ich auch direkt erkannt, der spricht eben diesen Onkel, den fand ich solide, hätte nicht sein müssen, hat aber funktioniert. Und Max Giermann hatte ich tatsächlich nicht mehr erkannt im Film und dann vergessen und dann als der im Abspann der Name stand, dann, ach ja, stimmt ja. Also der, ich mag Max Giermann sehr gerne, der kommt auch aus Freiburg und ich auch aus Freiburg, das heißt, da ist eine tiefe Verbundenheit da zwischen uns und wir sind auch beim gleichen Verlag verlegt. Also quasi Kollegen. Quasi Geschwister, ja. Also quasi Geschwister, der lebt ja auch mit meinen, in Anführungszeichen, Kindern, auch bei mir im Kinderzimmer, Max, deswegen muss ich ihn jetzt ein bisschen unterstützen. Aber ich habe ihm tatsächlich im Film, der spricht den Vampir, den habe ich gar nicht wiedererkannt. Der ist mir auch nicht positiv oder besonders aufgefallen. Die Spongebob-Stimme hingegen, dadurch, dass ich auch Spongebob liebe, die erkennt man sehr wohl. Und da war ich auch positiv überrascht, weil ich die Stimme schon lang nicht mehr gehört habe, weil ich schon lang nichts mehr geguckt habe, wo die Stimme auftaucht. Und das hat mich dann gefreut, den mal wieder zu hören. Und der spricht wie immer. Also es ist keine große Rolle, der spricht so eine kleine Wahrsagerkugel, hat vielleicht, keine Ahnung, lass es 20, 25 Sätze im Film sein. Hat mir aber gefallen, den mal wieder zu hören. Hat mich gefreut. Jetzt hast du ja gerade gesagt Vampir und dann ist mir hartig so ein Geistesblitz, der stimmt. Es geht ja auch um Monster und Gespenster. Wie gruselig ist der Film denn? Der ist nicht sehr gruselig. Nee, die Monster sind, abgesehen von ihrem gruseligen Design, sorry, sind die nicht gruselig. Die sind schon sympathisch dargestellt. Es ist eher so eine Geschichte um Freundschaft und dass man seine Schwächen auch zeigen darf. Also die Message an sich, die fand ich sehr schön. Die ist auch bei dem Kind, das mit dabei war, hängen geblieben. Was ja dann eigentlich eine ziemlich gute Sache ist und für den Film spricht. Ja, also dass man zu seiner Schwäche stehen muss, das finde ich gut. Gut, deswegen jetzt hier ein Geständnis. Ich habe auch jetzt nichts mehr, was ich dich fragen konnte zu dem Film. Deswegen, wenn du nichts mehr hättest, können wir gerne zu einem Fazit kommen. Ich habe tatsächlich noch was. Und zwar, ich habe immer die kleine Anekdote, dass ich immer im Kino beim Abspann merke, wie viele Menschen auf dieser Welt eigentlich leben. Und zwar, wenn ich so einen Abspann angucke und da stehen ja gefühlt fünf Millionen Namen und man kennt einfach überhaupt keinen von denen. Also mal abgesehen von Schauspielern, von den ganzen Leuten, die da mitarbeiten. Du denkst immer, Wahnsinn, wie viele Leute so an einem Film mitarbeiten und ich kenne keinen von denen. In diesem Film jedoch saß ich da und dachte, Moment mal, diesen Namen kenne ich doch. Und zwar ist das tatsächlich ein alter Kollege von mir, der mit mir bei Dedalic, Computerspielefirma, an der Deponia-Reihe, das ist ein Point-and-Click-Adventure, gearbeitet hat. Und das fand ich richtig cool zu sehen, ach krass, so weit können Leute eigentlich kommen, während ich hier noch zu Hause sitze und an solchen großen Produktionen mitarbeiten. Die Grüße gehen raus an Tobi Trebell, ja. Und das fand ich ziemlich nice, der stand auch ganz weit oben, da mal einen Namen zu sehen, den ich noch nicht kannte. Und so mitzukriegen, wo die Ursprünge sind von Leuten und dass die auch bei solchen Filmen dann landen können. Also der hat auch beim Lego Movie 2 mitgearbeitet. Also es ist jetzt nicht, dass der erst von unten kommen muss, aber das war eine schöne Überraschung mal zu sehen, ach cool, kenne ich. Also jetzt wertfrei zu sagen, aber Lego Movie 2 ist aber schon eine größere Hausnummer als Ellie, ne? Ja genau, auf jeden Fall. Deswegen wollte ich auch da so reinmischen, dass das auch an größeren Produktionen mitgearbeitet hat. Also man sieht es auch, im Film gibt es auch ganz wenig, also ich bin ja sowieso ein 2D-Fan, eher als 3D, also nicht räumlich, sondern auf einer Fläche gemalt, für Leute, die nicht wissen, was ich damit meinte. Es gibt ganz wenig Elemente im Film, die 2D sind. Es gibt ein paar Porträts und es gibt ein paar Pappaufsteller, die bemalt sind. Und den Stil, den fand ich wieder richtig toll. Also ich, da sieht man schon, dass auch beim Konzepten und beim Entwerfen vielleicht ein bisschen mehr Liebe im Detail steckte. Und dass irgendwas beim Überarbeiten, das spüre ich so einen Produzenten, der da drüber schwebt und sagt, nee, da muss noch ein Supercomputer rein. Da muss noch digitalisieren, nee, die Figur, die muss viel generischer aussehen. Mach die nicht so süß wie in dem Source-Material, also in dem kleinen Comic, in dem kleinen, Entschuldigung, in dem Kinderbuch. Mach das mal irgendwie so, das sieht cooler aus. Ja, guck mal, mach das so, das ist cooler. Und das spüre ich dann immer über mir, sodass das eine Produktion ist, die viel mehr Herz hätte haben können, wo ich mir einbilde, dass da irgendeine Kalkulierung hintendran das ein bisschen rausgezogen hat. Meine Damen und Herren, Sie hörten einen Vortrag von einer Frau, die im Illustratorenbereich arbeitet. Okay, gut, dann liebe Grüße auch meiner Seite an den Werten, Tobi. Und dann sage ich noch, was ich gar nicht erwähnt habe, der Film startet am 27. Juni in den deutschen Kinos. Damit ist diese Auftragsarbeit für mich jetzt abgehakt. Jetzt kann ich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Das Fazit fehlt ja noch. Ja, ganz durcheinandergebracht mit meinem Schwenk aus der Illustration. Ja, komm, hier. Du wolltest schon die Abschädung machen, ich mache hier das Fazit. Also, ich fand den Film leider nicht sehr gut. Vor allem, wenn man es mit dem Ursprungsmaterial vergleicht, dass eben dadurch, dass es ein Kinderbuch ist, die Figuren sehen viel charmanter aus, die Geschichte ist viel runtergedampft. Wie ist es richtig? Ihr wisst, was ich meine. Auf die Grundmessage, dass du eben zu deinen Schwächen stehen solltest, dass du dich öffnen sollst, dass andere das auch haben und dass es eben auch um Freundschaft geht und sowas. Das ist in dem Buch viel mehr drin, als in diesem Film, der sehr überfrachtet ist und leider auch optisch dann nicht überzeugen kann. Das Kind, das ich dabei hatte, wie gesagt, hat diese Message trotzdem mitgenommen, was ja dann wiederum für den Film spricht. Ich würde diesen Film leider trotzdem nicht empfehlen und auch nicht im Kino. Wenn ihr keine anderen Filme habt, die gerade im Kino laufen, aber unbedingt mit eurem Kind ins Kino gehen wollt, klar, da spricht dann überhaupt nichts dagegen. Also, hier wird nichts Negatives weitergetragen und Kinder haben da sichere Freude dran. Aber wenn was anderes läuft, guckt euch lieber das an oder macht euch zu Hause einen schönen Home-Office-Kinoabend. Dann jetzt aber wirklich vielen Dank fürs Zuhören. Tele-Stand-Tisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt, außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-Standtisch.de. Wenn ihr jetzt sagt, boah, diese Schlogger, die ist ja, er hat ja ein paar sehr schlaue Sachen gesagt über Animationen und über Illustrationen, aber labert die das nur oder kann die das auch? Ich sage, sie kann. Das könnt ihr auf ihrer Webseite sehen, www.schlogger.de. Ihr könnt aber auch einige Sachen von Schlogger käuflich erwerben, außer ihre Kinder, die sind da nicht drin erhalten. Da müsst ihr auf Schlogger-Shop gehen, da findet ihr alles. Außerdem ist die Werte-Frau, ich glaube, auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Überall. Facebook, Instagram, Axe, ehemals Twitter. Ich tic-tocke jetzt auch, ich folge ihr auch auf TikTok, weil ich bin nämlich hip und modern. Da müsst ihr einfach gucken, the englischer Artikel und dann Schlogger und dann findet ihr die Frau. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dieser Frau zu folgen. Es ist ein Paradies für Stalker. Das muss man mal ganz klar sagen. Wenn ihr aber auch jetzt das Gefühl habt, boah Mensch, also dieser Stu, das bin ich, der ist ja eigentlich unausstehlich. Aber zusammen mit der Schlogger ist das ja wie Nitrolycerin. Das ist aufregend, das ist atemberaubend, das ist explosiv. Dann sei ja noch unser gemeinsames Podcast-Projekt Schocker mit Schlogger empfohlen, wo wir einmal im Monat die Werte Schlogger, die nicht besonders Horrorfilm-affin ist, durch die Hölle schicken, indem sie nämlich einen Horrorfilm gucken muss. Und wir haben jetzt schon fünf oder sechs Folgen gemacht, oder? Ich glaube, die vier haben wir und die fünfte ist über The Hills Have Eyes. Aber dann, wenn dieser Film hier, diese Besprechung hier rauskommt, wird es noch mehr Folgen gegeben. Geben, besprochen haben, sein werden. Zukunft, Konjunktiv 300. Futur. Ich hatte ja gehofft, dass Schlogger nach Folge 2 bereits aufgeht, aber die Frau ist wirklich, die ist hart im Leben. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Wie weißt du dich da durch? Ja, ich gucke dann eben Ellie, um ein bisschen schönere, weichere, weichgespültere Dinge im Leben zu haben. Ja, alles klar. Gut, dann sind wir jetzt hier mit euch. Ich sage Tschüss und Schlogger, dir gebührt das letzte Wort. Danke und bis zum nächsten hoffentlich besseren Animation-Film, die ich mir gerne alle für euch angucke. Habt einen schönen Tag. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.